Hallo und ein herzliches Willkommen bei der LEW, Ihrem Partner für intelligente Energie. Die Zukunft betrifft uns alle und wir haben die Möglichkeit, Sie persönlich zu gestalten. Auch Sie mit Ihrer Energieversorgung. Wir von der LEW bieten Ihnen innovative Energielösungen individuell auf Sie und Ihr Unternehmen zugeschnitten. Mein Name ist Fräulein Energie und ich freue mich sehr, Ihnen heute und hier all die vielfältigen Wege moderner Energieversorgung vorstellen zu können. Los geht's mit der Wärmeversorgung. Mit unseren Wärmelösungen erhalten Sie alles aus einer Hand. Von der Beratung und Planung bis zur Finanzierung, Bau und Betrieb. So haben Sie die Möglichkeit, dank moderner Wärmeerzeugungsanlagen klimafreundlich und energieeffizient zu heizen. Lehnen Sie sich also einfach mal zurück und profitieren Sie bei Ihrer Wärmelieferung von unserer Erfahrung. Auch für Ihre Bestandsanlage übernehmen wir gerne die Betriebsführung oder Modernisierung. Unser Angebot beinhaltet die Investition und sämtliche Wartungen und Reparaturen sind inklusive. Und das 24 Stunden rund um die Uhr warm. Das ist zuverlässige Wärmeversorgung. Das steige ich gleich mit ein mit der Energieeffizienz. Sie ist wichtig für die Zukunft, gut für die Natur und natürlich kostensenkend. Dank intelligenter Konzepte ermöglicht sie Ihnen absolute Wettbewerbsvorteile. Sei es mit Energiemanagementsystemen oder dem LEW Energie Monitoring Software Tool. Wir bieten Ihnen Transparenz und konsequentes Monitoring als Basis für Ihre Verbrauchsoptimierung. Ein ganzheitlicher Lösungsansatz garantiert Ihnen eine fundierte Entscheidungsgrundlage und nachhaltige Erfolgskontrolle. Das ist effizient. Und wir wollen doch alle ein Stückchen von diesem leckeren Kuchen haben. Apropos effizient. Hallo, hier bin ich. Geht Ihnen ein Licht auf? Mit moderner LED-Beleuchtung können Sie Ihren Stromverbrauch deutlich senken und erhalten Top-Lichtqualität. Wir planen Ihre Beleuchtungsanlage und garantieren Ihnen im Contracting einen festen monatlichen Preis. Sie haben keinerlei Investitionen und sparen so ab dem ersten Tag. Natürlich können Sie Ihre Anlage auch gerne bei uns kaufen. Wir kümmern uns um Beschaffung, Montage und vieles mehr mit lokalen Partnern. Das ist einfach und einleuchtend, oder? Licht und hell? Da kommt uns die Sonne doch gerade recht. Wie wäre es, mit Ihrem selbst erzeugten Strom Ihre Energiekosten zu senken und das umweltfreundlich? Natürlich mit Ihrer eigenen Photovoltaikanlage. Wir planen Ihre PV-Anlage in höchster Qualität und maßgeschneidert auf Ihren Bedarf. Und Sie entscheiden, ob Sie pachten oder kaufen. Mit der Pachtlösung erhalten Sie ein Rundum-Sorglos-Paket mit Wartung, Versicherung und Reststromlieferung. Und die eingesparten Energiekosten finanzieren die Pacht. Auch bei Kauf Ihrer Anlage kümmern wir uns gerne um den Betrieb. Und das natürlich optimal. Lassen Sie die Sonne für sich arbeiten. Und pssst, auch Autofahren mit Strom ist übrigens wirklich günstig, leise und vor allem umweltfreundlich. Fragen Sie nach den innovativen Lösungen für E-Bike und Auto. Mitarbeiter oder Kunden. E-Mobility von den Lechwerken. Da sind Sie am Zug. Und los geht's!